Und der russische Präsident Putin droht, wenn jemand beabsichtigt, von außen in die Geschehnisse einzugreifen und eine für Russland unannehmbare strategische Bedrohung schafft, muss er wissen, dass unsere Vergeltungsschläge blitzschnell erfolgen werden. Wir haben alle dafür erforderlichen Instrumente. Instrumente, über die niemand sonst verfügt. Und wir werden nicht prallen, wir werden sie anwenden, wenn es nötig ist. Die notwendigen Entscheidungen sind bereits getroffen. Untertitelung des ZDF, 2020